alter sind die schnell kommen wir hier auch gar nicht raus hier da jo leute willkommen zurück bei blendezeit 2 heute bin ich alleine ja kurze erklärung wieso wir haben einen aufnahmetermin ich habe einen termin vergessen weil momentan wenn wir alles drunter und drüber geht da ich prüfungen habe nächste woche also ist der aufnahmetermin geplatzt wir brauchen diese folge heute am sonntag und deswegen haben wir leider keinen anderen termin gefunden dann wurde entschlossen dass ich alleine aufnehmen die nächsten 45 folgen müssten es jetzt sein also müsst ihr die nächsten paar folgen alleine mit also das ist alleine müsste mit mir klar kommen ich hoffe euch ich hoffe es trotzdem noch relativ interessant gestalten zu können es fehlt halt die taktik vom sven auf scheiße und ja und das taktik gameplay von sven und marcus wird nur ein bisschen gewasche geben mein plan ist es ja gut da klaten wir auf jeden fall mal in unseren trupp ein und ich habe sogar meinen eigenen trupp mein plan ist es alle zehn minuten wenn eine folge vorbei ist die station zu wechseln wie ihr seht ihr da läuft oben auch total mal dass nach amerisch kommt da ist in mehr stationen zu kämpfen und ich würde euch jedenfalls so bieten dass jedes zehn minuten ein anderer fight zu sehen ist dass ein bisschen abwechslung reinkommt und es nicht ein ödes stupides kämpfen ist ich weiß nicht wo mein truppe ist noch glaube ich mein trupp habe ich ein eigener trupp aber alter bin ich jetzt behindert kann drei minuten hier eine pampa rum wenn ihr kurze stopp seht das sind keine lags das sind kurze whatsapp nachrichten wo ich schreiben muss weil ich noch auf ein paar nachrichten warte ich weiß nicht mal wo ich hinlaufe also relativ wir wirksten gleich die station das den kontinent dann bockt mich das nicht schießt schießen was wir die mosse zerstören beschießen wo sind wir so hier noobs in der lade schleife wo nicht annehmen geht aber es geht ja nix ist libby ich weiß nicht wo ich hinrenne aber ich einfach mal zwei minuten aber durch die pampa die mache ich da keinen schaden ich könnte börse max holen ein bisschen luft sauber halten aber ich wechsle sofort ich bin selber so ein bobby jawoll tot wechseln ich will nach amerisch ja wann beginnt jetzt die zehn minuten das ist eine gute erste gute frage eigentlich läuft ja schon in dem herr die erste folge ja schon läuft in dem sinne ist ja mein team ja truppeinsatz kann ja nicht machen ich glaube ich für mich verlegen kann das will ich ja gar nicht zu haben das ist mein eigenes platt tun eigentlichen truppen es ist mir wusst starten wir mal neu wenn es hängt dann sollte man es neu starten aeg ausschalten einschalten geht so dark ist hier irgendwo oder auch nicht ich hole mein fahrzeug ist ja behindert hier um die station ist noch behinder kriegst du echt black ich will euch immer ein bisschen gameplay zeigen und nicht wie ich jetzt sinnlos durch die gegend wasche das suche nach einem partner terminal das war meine fresse jetzt habe ich hier ein fahrzeug und komme nicht mal heran dann die dinge ja das war wieder mein handy hat sich nämlich gerade wieder angemeldet 1000 muss das sind ein paar gegner ja nur mal zwei mit sicher ist sicher level 100 das ist sicher ein kill noch zwei gemacht es ist zwei case einer nicht gezählt ich werde die noch ein bisschen level brauchen noch neun kill alter lecker spiel heute wieder legge lagge gut also ich sie sie ab der nächsten hautsch folge das mit dem stationswechsel durch weil ich habe ja ewig gebraucht bis sie überhaupt hier war deswegen wird sich jetzt noch ein bisschen hier kämpfen es gab probleme mit dem update also da oben sind sie das hat mir sein geschützt der mich hingestellt ouch was ist das jetzt gewesen kündige heat apropos panzer nehmen soll ich sagen da war ein gegner jetzt hier platziert hat und der panzer mine ich werde nicht ausschließen auf die panzer mine die macht bumm muss macht bumm wenn ich das sehe alter sind die schnell kommen wir auch gar nicht raus hier da damit das war jetzt dämlich nicht mit dämlich wir verlieren b lightning kill es ist ja okay ich habe mir auch angehört dann kriege ich wenigstens ein teil der punkte ist ja legitim das super sondern da habe ich direkt in die kam der jetzt durch das schild hallo dieses schild deaktiviert kommst du nicht drüber herrung natürlich spione dass er wieder spione sitzen das band becken dass ich wenig hier sparen kann vielleicht einladen alter ging die es runter alter nein nicht töten nicht töten ich gehe schon wieder ich gehe ja schon ich renne da hüben rum verdienstabzeichen was habe ich jetzt verstecker station erfahrung ok wo liegt denn der habe ich gar nicht gesehen so jetzt jetzt gleich nochmal büben machen ich weiß zwar nicht warum es büben gemacht hat oder warum nicht ist klar auf jeden fall den akku doch ja ich muss mein handy am pc gerade laden weil ich meine brauche wie gesagt ich krieg noch nachrichten stirbt jetzt nein das gibt's nicht ich tötte ihn nicht ich bin ein spion von hinten bist du mich am arsch verarschen alter der kriegt jetzt so eine breitseite rein da unten das elendige camper noob hol ich mir jetzt ist mir egal wie irgendwo finde ich den typen dann töte ich ihn aber sowas von oh gott wird ein ein kill habe ich gemacht alter mit was beschießen wo kommt denn das zu viel waren noch leute von mir hinten dran aber noch leute man es sollte halt mich auch ein bisschen decken in dem komischen ding drin sitzt ich denke schon am arsch gibt es nicht sind sie immer noch da unten nein das ist aber maggie wenn wir einen schiff bin ich eigentlich blind heute bis zum 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 bis zum